Und sie wollen uns besiegen. Also alle zusammen ein Dua für Bashar al-Assad. Inshallah möge er, also bevor er fällt jetzt, also ich meine, auch wenn er fällt ist, hat er genug von denen ausgerottet. Inshallah, Allah geht in langes Leben und rottet sie weiter aus, rottet er sie weiter aus, lässt Inshallah keine Spuren von diesen Salafisten, Syphilisten, Mesiar-Kinder, ja, wie viele noch Mesiar, Mesfar, Zawaj, Fren.